Eichhörnchen wollen uns vernichten und hier ist der Beweis. Wir alle kennen die Verniedlichungsformchen. Aus Hund wird Hündchen, aus Katze Kätzchen oder aus Haus Häuschen. Nur beim Eichhörnchen funktioniert das nicht. Das liegt daran, dass das Eichhörnchen das niedlichste Tier auf der Welt ist. Daher ist es auch nicht möglich ein Eichhörnchen zu sehen ohne zu sagen. Wir können diesem Tierchen einfach nicht böse sein. Und das wird uns eines Tages zum Verhängnis. Ein eindeutiger Beweis liefert uns hierbei die Wissensdokumentation Charlie und die Schokoladenfabrik. Hier wird eines der Kinder in den Müllschacht geschubst und überlebt diesen Angriff nur durch Zufall. Und trotz dieser grausamen Tat waren wir auf der Seite des Eichhörnchens. Doch das ist noch nicht alles. Würden wir versuchen beim Eichhörnchen das Schen zu entfernen, würden wir Eichhorn erhalten. Eichhorn. Ein Horn. Ein Einhorn hat ein Horn. Der Teufel hat auch ein Horn. Zudem ist der Teufel rot. Eichhörnchen sind auch rötlich. Der Teufel ist böse. Und da ist auch das Eichhörnchen böse.